Bevor das Video anfängt, liebe Freunde, ich habe in einen Modus gespielt, der nur eine Stunde am Start war, Freunde. Dieser Modus hieß Häuserkampf, man hatte nur Jetpacks und man hatte nur Shotguns, liebe Freunde. Dann war der Modus einfach weg. Der Modus war einfach weg, Freunde. Ich habe euch erstmal einen leckeren Ausschnitt, Freunde, wo ich erstmal 12 Kills auf entspannten Hasen gemacht habe. Gönnt euch den ganzen Hasen, danach habe ich euch einen Win gesneakt von einem Showdown-Modus, 14 Kills, richtig krass und spannend. Let's go, der Hase. Und krass, Digga, eine Stunde war der Modus da. Gönnt euch. Tja mal, Leute, herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren leckeren Runde. Heute sind wir unterwegs Solo versus, ich glaube, Duo oder Squad. Leider gibt es gar kein Solo mehr im neuen Modus. Anfangs, Freunde, gab es Solo für ein paar Runden, danach haben wir es weggepatcht auf einmal, in einer Sekunde. Und wir spielen jetzt auf dem Häuserkampf, hier gibt es nur Strohflinten und Jetpacks. Lasst euch für alle ein kostenloses Abo da, liebe Freunde. Ich denke, wir landen einfach erstmal hier, weil es kann sein, dass jemand hier auch landet und ich kann ihn direkt den Kopf wegfetzen. Kommt jemand? Ja, 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 ja. Ah, schade. Ach, ey, was machst du denn da? Guck dir nicht mal an, Digga. So ein Jäger, ne? Ey, ich muss irgendwie zu ihm hin, ne? Wo willst du hin, ey? Bro. Ja, genau, schleich dich dran. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Nein, alles gut. Alles gut, Bruder. Lass tanzen. Ey, ich geb dir die Möglichkeit, tanzt oder stirb. Du hast dich entschieden, Bruder. Du hast dich entschieden. Ich hab dir gesagt, Digga, tanzt oder stirb. Guck mal, er wollte tanzen, Digga. Er wollte unbedingt sterben. Okay, wir brauchen jetzt erstmal... Also die Leute sind alle mit Jetpack unterwegs, das ist schon mal klar. Wir brauchen erstmal vielleicht eine neue Waffe. Ja, hier ist auch schon mal eine Kiste. Das ist mehr Blue Life, wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, ist schon mal nicht schlecht, okay. Guck mal, da vorne ist ja jemand. Da, oh, 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 der sieht gefährlich aus. Ich muss gefährliche Leute umbringen. Oh, der war heftig, der war schon... Oh, Scheiße. Ich hab nicht genug Material für den. Ich hab nicht genug Begriffen, der sie verbringt. Ich hab nicht genug. Ich hab nicht genug, dass ich nicht mehr so verbringt. Ich hab nicht genug in die Gefahr neuestarias against. Ich hab nicht genug in die Gefahr. Ich hab nicht mehr Gefahr, dass ich nicht mehr da war. Ich hab nicht mehr. Noch mal. Hup. Warte noch mal. Hup. Ich geh grad gut ab, Digga Not bad Okay, was soll man noch mitnehmen Hier liegen jetzt auf jeden Fall einige Leute, ne Ich muss jetzt alle suchen Es sind schon einige draufgegangen Also, Numero Uno Das nehme ich mit Da ist eine Kiste Let's go, let's go, let's go Biggie, Biggie, oh Minis, okay Laden erstmal die Waffen nach Ich glaub da Wäre ich Gegner? Ne, ne Waren hier nicht noch weitere? Vier Kills, das hat sich angefühlt Das hätte ich grad eine halbe Map umgebracht So Oh Stimmt, ich hab den gar nicht Der wird aufgeholfen Rodriguez Rodriguez Was machst du? So, warte Dieser Songoan, Digga, der wird safe aufgeholfen, 100%ig Schnipse So Das war auf jeden Fall Sehr verrückt Ich mach Game 2 noch ein bisschen lauter Ich bin grad im Modus Ich bin grad im Shotgun-Modus Okay, let's go, der Hase Let's go, let's go, let's go Jetzt wird jeder geschlachtet Aber die Trampo sind auch immer richtig gut, ne Falls man spontan abbauen will Hier ist ein 100% noch welche Ich muss den nur suchen Das ist ein 100% irgendwo hier Ich nehm mir so einen Stein Und dann flieg ich Hier höre ich keinen Warte Wir können eigentlich auch schon weiter gehen Wenn er vorne nichts mehr ist Oh Haben einen kleinen Mistake gemacht So Und zwar Oh, weitere Minis Why not Und das Ding ist frisch neu Das nehmen wir mit Also Also Plan ist Plan ist Wir sind ja fertig hier Haben wir ganz schnelle 7 Kills gemacht Ganz gute Action gemacht Plan ist, wir nehmen einen Stein Und fliegen nach Dusty Von Dusty Gucken wir dann weiter Okay Hier sieht eigentlich alles ruhig aus Deswegen Let's go, der Hase Stein Fliegen Stein Fliegen Stein Fliegen Stein Stein Fliegen Bauen 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 Fliegen Bauen Fliegen Bauen Geil 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 Okay Ey, komm schon Bau doch, Digga Und let's go, der Hase Okay, komm Lass mal jetzt schön die Augen aufhalten Wo sind hier Gegner Sollte, da waren auf jeden Fall welche Ah, das sieht aber ganz gefährlich aus Da sehe ich welche Okay, Red Du musst jetzt ganz easy ranschleichen Nimm doch Die waren gerade hier, okay Okay, Red, ganz ruhig Ganz ruhig, ganz ruhig Geh mal down, Bruder Das reicht doch langsam hier Okay Das hat doch gut funktioniert Okay, machen weiter Erstmal Neun Jetpack Brauch mehr Ressourcen, damit wir hier nochmal bauen kann Wie ein Schwein Oh, bauen ist aber echt eklig hier Weil die werden nochmal alle rumfliegen So, haben wir schon mal sehr gut gemacht Wir spielen hier übrigens Duo oder Squad Ich weiß nicht, weil Solo gibt es ja nicht mehr hier Ich nehme jetzt so einen Stein Und gehe rüber nach Salty Ja, das ist eine gute Idee Ich habe aber nur 150 Leben Das ist gar nicht gut Warte, habt ihr was gesehen? Ne, nur eingebildet Okay Stein ist da Zur Sicherheit haben wir noch einen Trampo Ja, das ist eine gute Idee Komm schon Komm schon, du Fettzer Alle Waffen sind nachgeladen Okay Ich frage mich, ob ich hier im Keller welche Campen Gibt es ja auch immer Aber hört sich nicht so an Okay, wir sind erstmal hier safe Wo könnten wir noch hingehen? Retail Retail Dann machen wir es so 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 Zack Retail Zack Und geht erstmal dorthin Jetzt schön die Augen aufhalten Gegner beobachten Bessere Pose holen Da vorne wird gefightet Ich weiß jetzt nicht wie aktuell das ist Aber ich gehe jetzt mal davon aus Dass da jetzt welche sind Ich nehme alles zurück Ich bin ein Idiot und habe gar keine Ahnung So Digga Wo verstecken sich die Leute? Ich brauche erstmal noch einen Rucksack Ja Noch mehr Tank Gefällt mir AMG ist wieder aufgeladen Okay, let's go da Hase Wenn die nicht hier sind Sind die wahrscheinlich dann Richtung Dusty gegangen Also gehen wir Richtung Dusty Ah, da ist noch die Anzeige, ne? Habe ich gar nicht gesehen, Digga Dass da eine Anzeige ist Voll vercheckt, Digga Hey Digga, Fortnite ist echt verrückt Mann, was die Hm Das ist echt krass, Digga Dass Fortnite sich ausdenkt Okay Da Scheiße Ich kann ja nicht hinterher Hey, warte auf mich Warte auf mich Hey Was machst du? Okay, warte Digga, ihr seid Ehrenmänner Ey, ich fühle euch Warte, 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 warte Digga, wo geht die jetzt hin? Ich sehe euch nicht mehr Ah, da unten Angriff Boom Wo ist der andere? Hallo Hä? Der war doch gerade hier Ich höre nicht Ja, Mann Ey, Digga, mein Motor spinnt Mein Motor spinnt Der ist voll laut Seht ihr das? Digga, der ist voll strange Seht ihr das? Voller Bug Digga Digga, das sieht so aus Als würde die ganze Zeit fliegen Oh mein Gott Ich nicht, dass er gleich explodiert Ich muss ihn austauschen Digga, der ist noch immer da Oh, okay, ist weg Oh Gott, Alter Ich brauche Leben 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 So, ein Verband ist okay So, Equipment sieht okay aus Wir haben noch zwölf Leute Also wir haben noch elf Gegner Ich muss jetzt echt smart spielen Oh, warte, warte Mein Tank ist auch fast leer Diese Jetpack-Dinger Die gefallen mir schon echt gut Okay, komm schon Plan B, Plan B, Plan B Ich glaube, die sind alle bei Tilted Towers So in der Richtung Wie immer eigentlich Habe ich ein Trepo gefunden? Ne Ey, diese drei Leute Die waren mega sweaty, Mann Ich sag's euch Okay Hier ist keiner mehr Da denke ich auch nicht Das heißt, sie müssen alle dort sein Ich feiere den Modus Hier hat man einfach das Gefühl Ich werde sowieso nicht von der Seite gesniped Man weiß einfach Hundertprozentig Das kann nicht passieren Oh, da ist eine Kiste Ah, schade Wenn nicht, ist ein neuer Jetpack-Y Okay, Digga Tilted Towers Das sind wahrscheinlich alle Wie immer Ich gucke mal gerade Ist da irgendwas los? Nein, man muss auch Alle Seiten abchecken Man darf nicht so naiv An die ganze Sache rangehen Da vorne Guck mal, da haben wir schon mal einen Einer hört sich gut an Let's go, der Hase Oh, shit, das sind zwei Zwei ist besser als drei Wenn da so ein dritter kommt Hör ich auf, Digga Ich glaub, die haben mich noch nicht bemerkt, oder? Oder vielleicht machen Vielleicht tun sie nur so Als hätten sie mich nicht bemerkt Ich weiß nicht, Digga Was soll ich machen, Mann? Das sind drei Er hat mich bemerkt Ey, hör auf damit Das ist unfair Was? Was? Scheiße Digga, das ist gewesen, Mann Klipp der Vergeltung, ey Verkackt Er baut nichts Danke, amerikanische Server I love you Das war eine Kiste Das ist aber nice jetzt, ne? Let's go, der Hase Warum hat er die Kiste versteckt? Oh mein Gott Die Gunslapper auf Ansage Ey, ich glaub's nicht Wie heftig ist das denn? Wie heftig ist das denn? Okay Ist da noch jemand? Er wollte richtig Den Save-Hasen machen, ne? Ich wusste es jetzt Komm, Vicky Ich wusste es einfach Oh mein Gott, Digga Genau jetzt Komm, bitte Give me damage, Bro Gebt mir nicht mal damage, Digga Das ist das Das ist das Traurige Erinnert sich nicht So ein schlechtes Gewissen, ey Oh, die Zone wird mich catchen, Digga Zwei Schaden Ist da Oh, die Zone und ich, Digga Die ist ein bisschen schneller Erinnert sich die Zone Ganz schnell unterwegs, ja? Könnte ein ekliges Häschen werden Aber extrem viele Leute am Leben Muss ich zugeben Extrem viele Leute am Leben Für Solo Aber ist auch Showdown, ne? Die Leute sind ein bisschen Auf Überlebensmodus unterwegs Let's go, der Hase Kein Schaden kassiert So gefällt mir das Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Nice So, wo wollen wir Ah, da oben ist jemand Da gehen wir erstmal hin Angriff ist die beste Verteidigung Liebe Freunde Oh, er macht so Auge auf mich, ne? Ich krallig mir gleich Ah, erstmal deine Sniper noch Okay Kommen wir nochmal zum Mister Ich treffe keine einzige Sniperkugel Okay, okay Ich merke gerade Ich werde von allen Seiten Von allen Seiten angegriffen Oh, ich weiß gar nicht Wo ich Sercing gehen soll Okay, da vorne sind glaube ich Gute Gegner Gefällt mir Tschüss Kannst du gerne runterfallen Ei, keramba, Digger Scheiße, Auge ist verrückt Am Start, ne? Oh, what the fuck, Alter Okay 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 Ah, Gott, ich habe Ein Baum hat dich beschützt, mein Freundchen Ein Baum hat dich beschützt Wir haben da und da einen Okay Okay Das wird doch eine geile Runde, Digger Verkraft Schon besser Falsche Waffe Heilige Hase Digga Da hinten ist noch einer Okay Ist da noch jemand? Ne, ne? Da hinten auf jeden Fall Der hat schon eine böse Base Der hat schon eine eklige Base Der hat schon eine eklige Base Sind da noch welche? Also das ist schon verrückt Das, was sie da gemacht haben Soll ich den pushen? Oder soll ich erst mal die Zone abwarten? Das war schon eine verrückte Runde Da haben wir echt verrückt Er taggt, Alter Für den Showdown-Modus, ne? Wir haben noch drei Gegner Ich denke, einer ist da auf dem Schiff, die bergen Der ist sowieso hundertprozentig dort Das sieht man ja Ah, da ist noch einer unten Kein Bock zu warten, Digger Einer wurde weggepumpt Fahm aus! Eins gegen eins Hey, warum pushst du so, Digger? Wenn du wüsstest, wer ich bin, Digger Jetzt du Deutlich mehr Respekt, mein Freundchen Guck mal, der ist jetzt da oben Er hat den ganzen Tag gecampt Er ist macht er auf heftig Weil er den High Ground hat Mal sehen, wo wir jetzt gleich hingehen müssen Ach, alles klar Wir müssen zu ihm hingehen Das war's komplett Okay, was hat er? Ein Rocket Launcher Cool Dann machen wir direkt den Hasen, ne? Das wird gefährlich, mein Freundchen Oh, 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 oh Wenn du nur wüsstest, was ich jetzt alles habe Heiliges Häschen, Digger Geiles Waffen-Setup Okay Ich muss jetzt zu Ihnen Huch! Das ist hier Was ist los, Digger? Was ist los? Easy 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 Easy, Digger Verrückt rasiert, Digger Verrückt rasiert So schlau geplayt, Digger Das war IQ, sein Onkel Schön in den High Ground geholt Bam Bazuca noch ein Shot und am Ende noch mal einen Daumen nach oben gezeigt. Peng, Alter. Letzten Partikel noch ein Shot gegeben. Nice.